Oh, guckt euch die Waffe an, wie stark die ist. Ach, da oben. Oh, was ist denn hier los? Hallo, meine Freunde und Freunde, wie geht's, wie steht's? Dieses Wochenende sind ja, wie man sieht, einige neue Modis dazugekommen und da dachte ich mir, da nehme ich mal den einen oder anderen auf und anfangen tue ich mit Beutegeld, Süßigkeiten-Sammler. Ich werde solo da reingehen, weil Beutegeld ist mir da irgendwie scheißegal, hauptsache ein paar Kills kriegen und ein bisschen Spaß haben. Und, ja, dann würde ich mich an der Stelle noch über ein Abo freuen und losgates. Habe ich eigentlich noch meine Beutegeld-Overkill-Klasse? Nö, ich habe keine Waffe in der Hand, ist das nicht schön? Aber auch ohne Waffe kein Problem. Und wie Gegnern hinterherfliegen, das wäre nicht schlecht. Wer bist du denn? Oh, leg dich hin. Denk doch, der kann nicht machen, was der will, wa? Hä, die Waffe will ich gar nicht haben. Wo ist meine Waffe? Meine Waffe ist weg. Ach da. Oh, die Grau ist aber immer noch heftig, jo. Wo nähert sich denn der Feind? Uh, damit hast du nicht gerechnet, wa? Oh, nicht daneben schießen. Alles in Ordnung. Beutegeld war schon immer so, gib mich nur um Kills machen. Du gibst dein Geld nicht ab, Kollege. Oh, man zieht durch den Strahl ja nichts. Easy. Oh, geil. Karabiner ist ja wieder gut, wa? Beide Karabiner-Kälzer haben nicht gezählt. Mann, das ist ja scheiße. So nicht, mein Freund. Boah, die Shotgun ist viel zu krass. Kontrollierst du nebenbei mal deine Aufnahme und landest hier im Nirgendwo? Der Sofa mit seiner Shotgun. Ohne noch die neue, ey. Oh Gott. Ich weiß schon, warum ich die nicht gelevelt hab. Viel zu ekelhaft. Der ist da mit seiner Shotgun wieder. Ich hab ihn geklaut. Ja, ich hab echt nicht das beste Aim, aber ist mir eigentlich auch scheißegal. Ja, hier sind zu viele, glaub ich. Boah. Ja, Alter, beruhigt euch doch mal. Oh, klettern. Nicht, äh. Mann. Lasst mich jetzt mal bitte hier kurz landen. Ja, auf dem Dach ist die Action und nicht hier unten. Mach ich's halt so. Wer ist er denn, Alter? Nice. Ah, er wird nicht zählen, er wird bestimmt wiederbelebt. Guck mal, wie sie da beide hocken, ne? Ey, lass mich mal in Ruhe. Wie kann ich ein Topverdiener mit 57.000 sein? Boah, zum Glück warst du schlecht. Und du auch. Ah. Ich hab das Dach reingenommen noch kurz vor Ende. Welche hab ich noch? Ja, so ein Dach upsafen ist ja wohl übelst leicht, wa? Wie ich ihn nicht treffe. Wah! Warum treff ich den nicht? Einmal. Ah, fuck. Ja, so. Gott sei Dank. Ah. Noch kurz vor Ende ihn noch geholt. Sehr schön. Ah, die Grau-Karabiner-Kombination ist echt geil, ne? Die sind beide super stark, die Waffen. Die Grau wird echt gefühlt nie schlechter. Egal, was in den Patchnotes steht, ob die schlechter gemacht wird oder nicht. Das ist scheißegal. Die sind alles in Superstuff-Line. Den hab ich. Ah, so nicht. Gibt ja doch noch Leute, die haben schlechteren Aim als ich. Mann, Alter! So nicht, mein Freund. Mann, Mann, Mann. Was ist denn hier los hinterm Stein? Ja, nice! So ne Shot sieht man noch gerne. Fuck! Hey, ich bin hier hinter. Du kannst mich gar nicht sehen. So will ich das sehen. Boah, was hab ich denn von Drecks-Aim heute? Ah, ich bin so schlecht in 1 gegen 1 gegen Sniper, Alter. Immer so aufgeregt, ja. Ich brauch einen Schuss, er nicht. Ah, okay. Doch nur. Geil. Kopfschuss. Weg mit dir, Alter. Ist das ein Gegner? Ich hab gedacht, hier gehört's. Das ist Deko hier. So ein Schornstein oder sowas. Lol. Weg mit dir! Ich will die Waffe gar nicht haben. Das ist nicht meine, Grau. Weg mit dir noch. Sehr schön, ey. Das macht Spaß. Müsst du auch mal machen. Einfach mal Solo und Beutegeld rinnen und ein paar Kills kriegen. Gibt doch nichts Schöneres. Außerdem levelt man übelst schnell. Genau. Hier hinten ist noch einer. Oh, läuft, läuft, läuft. Hier vorne auch noch. Ah, nicht mehr viel Zeit. 500.000, hier ist er. Oh, 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 oh. Na, jetzt hab ich mich ein bisschen zu cool gefühlt, aber ist egal, Mann. Joa, letzte Runde und dann war's halt mit dem Video. Das ist ein easy Upload, ne? Also, Beutegeld, wie gesagt, das macht immer wieder Spaß. Ich hab auf jeden Fall eine richtig krass gute Waffenkombination, die ich hier habe, Alter. Sag ich ja. Oh nein, viel zu tief. Komm ich hier hoch? Oh Mann, schade. Oh, zum Glück guckst du nicht. So nicht, mein Freund, ist mein Dach. Ach, hier ist langweilig. Wo ist er? Und hier hinten kam auch noch einer. Meine S-Mine ist ausgelöst. Boah. Aber wir haben das Leben nicht so schwer, Junge. Ah, ich hab ihn aber noch K.O. Wo kam die Granate her? Ah, von unten irgendwo. Ah, zum Glück hört man die so geil landen. Noch einer? Noch einer? Was? Was hat denn der für eine Waffe? Was ist das? Granati? Oder was? Wann ist denn die so stark? Ich meine, ich hatte keine Schilde, ich weiß, aber... Hallo? Hey, lass mich. Ich möchte mich mal kurz ein bisschen entspannen, ja? Ja, weg mit dir, Alter. Wie easy mit der Waffe. Weg, weg, weg. Sind die alle hier solo unterwegs? Da fein nähert sich. Hey. Verreck. Hier ist noch einer irgendwo. Wenn mein scheiß Headset nicht ständig alle fünf Minuten ausgehen würde, hätte ich den hochgehabt. Mann. Ah, ich reg mich nicht auf alle, Dude. Geh an, Headset. Das ist furchtbar, mit zwei Controllern zu spielen, Alter. Ich hab ihn noch irgendwie. Oh. Oh. Oh, guckt euch die Waffe an, wie stark die ist. Ah, schön. Schön, schön, schön. Die sind alle solo unterwegs. Scheiße. Ach, komm, in den letzten Sekunden schaffe ich jetzt hier nichts mehr, oder was? Auch wieder solo? Ach, da oben. Oh, was ist denn hier los? Oh, ja, Mann. So will ich das sehen. 19 Kills. Mein Rekord hier sind 20. Das werde ich, glaube ich, nicht mehr schaffen. Nein, nein. Schade. Viel zu wenig Zeit. So nicht. 21 Kills, neuer Rekord. Haut rein und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.